Herzlich willkommen zu Urknallwelterl und das Leben. Letztes Mal haben wir die Friedmann-Gleichung abgeleitet. Das ist natürlich jetzt ein mächtiges Werkzeug für das Verständnis des Werdens und Vergehens dieses Universums. Wir haben eine klare Beziehung dieses Skalenfaktors, mit dem wir die Geschichte dieser Expansion ja beschreiben wollen. Das Verhalten des Skalenfaktors auf der einen Seite, also A Punkt durch A. Und auf der anderen Seite haben wir die Dichten, die wir jetzt geeignet bestücken werden, durch Materie, durch Strahlung, vielleicht auch mal noch eine kosmologische Konstante, also durch Vakuum-Eigenschaften. Und dann haben wir eine klare Beziehung, wie diese Dichten dann diesen Skalenfaktor zu unterschiedlichen Epochen beeinflussen werden, weil die Dichten sich eben jetzt auch unterschiedlich verhalten innerhalb eines expandierenden Universums. Dann gibt es auch noch einen Krümmungstherm. All das in seiner ganzen Mächtigkeit werden wir uns heute detailliert anschauen und ich freue mich darauf. Mitten rein, würde ich sagen. Ich habe uns die Friedmann-Gleichung noch mal angeschrieben in ihrer ganzen Schönheit und möchte jetzt mal hier die Ausdehnung des Universums, also den Skalenfaktor in Abhängigkeit der Zeit, auftragen, der sich jetzt hier so ergibt anhand dieser Parameterlage. Die Krümmung sehen wir hier hinten. Also zur Krümmung generell hatte ich ein eigenes Video mal gemacht in dieser Reihe und wir hatten auch, wenn Sie das Buch lesen, im Kapitel zur allgemeinen Relativitätstheorie sehr detailliert diesen Begriff auseinandergenommen. Also das mache ich jetzt nicht noch mal im Detail hier. Das wissen Sie schon im Idealfall oder können Sie dort noch mal auffrischen. Da geht es um Dreiecke, die man zum Beispiel zeichnet und dann feststellt, ist die Winkelsumme 180 Grad, dann ist es flach, ist die Winkelsumme größer 180 Grad, dann ist es gekrümmt positiv, also die Kugeloberfläche, ist die Winkelsumme kleiner 180 Grad, dann ist es diese Sattelfläche wieder nur zweidimensional. Und bei der Dichte roh, ja da kommt es eben jetzt darauf an, wie nah sind wir an der kritischen Dichte dran. Sind wir deutlich über der kritischen Dichte, haben wir mehr Material, das ziehen kann, mehr gravitative Power als die Expansion bieten kann, dann würde das Universum an einem bestimmten Punkt hier einfach mal starten. und wieder in sich zusammenstürzen, also hier das Maximum erreichen und dann käme es jetzt tatsächlich irgendwann wieder zu einem Big Crunch, wie man das nennt, also ein Endknall gewissermaßen. Das ist also das Szenario hier K gleich 1 oder wir hätten auch schreiben können, Omega größer 1. Wir sind größer als die kritische Dichte. Omega war doch unsere Dichte durch die kritische Dichte, wenn wir größer sind, ist Omega größer 1. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Expansion mehr Power hat. dann kommt es ja einfach zu irgendwie sowas. Hätte jetzt hier ein bisschen flacher dran sein sollen, aber... Also da haben wir jetzt K gleich minus 1, ein offenes Universum oder eben Omega... hier kleiner 1. Wir haben weniger als die kritische Dichte. Wir vermögen also das Universum nicht wieder zurückzubiegen. Und dann gibt es eben den Fall, so genau dazwischen. Das flache Universum. Und das ist das Universum, von dem wir ausgehen, dass wir ein solches haben. Das heißt, wir expandieren hier erstmal schön und wir expandieren auch ewig weiter. Aber wir laufen gegen eine horizontale Asymptote. Das ist also der Fall K gleich 0 und Omega gleich 1, was ja gleichbedeutend ist. Das ist so ein Bildchen, das werden Sie überall in Kosmologiebüchern sehen und in allen möglichen Beiträgen, die Sie dazu finden. Das ist natürlich stark vereinfacht. Aber ich will es als nullte Näherung hier einfach mal einführen. Der Endknall, wenn zu viel Material da ist, das ewige Expandieren, wenn zu wenig Material da ist und wenn es genau passt, dann kommt es zu einer ewig fortschreitenden, aber immer langsamer, langsamer, langsamer werdenden, asymptotisch auslaufenden Expansion. Aber es ist nicht so ganz einfach, wie dieses Bildchen hier suggeriert. Und wir wollen ja tiefer einsteigen. Wir wollen ein tieferes Verständnis von dieser Welt. Und die Dinge, die wir hier setzen, die machen es ein bisschen kniffliger. Wir haben nicht nur irgendwelche Teilchen, die langsam unterwegs sind und als Staub angesehen werden können. Bei Staub ist der Fall klar, da setzen Sie hier einfach die Dichte ein. Diese Staubteilchen haben zusammengenommen eine gewisse Masse. Die sind ja homogen verteilt. Das ist ja wieder das Schöne an unserem Ansatz. In dieser Kugel, die wir da betrachten, die ist homogen, die Dichte ist überall konstant. Und all das führt dazu, dass das relativ gutmütig ist. Und dann haben wir hier einfach Staub. Nennen wir das mal Rohmaterie. Staub übt jetzt ansonsten keinen Druck oder was auch immer aus. Hat einfach eine Masse. Mit einer entsprechenden Massendichte. Und wie entwickelt sich das mit dem Skalenfaktor? Naja, wenn sich der Raum ausdehnt, in allen drei Raumdimensionen, mit A, dann verdünnt sich der Staub innerhalb dieses Volumens. Das heißt, die Dichte ist ja nichts anderes als dann Masse pro Volumen. Wenn das Volumen mit dem Skalenfaktor aufgedehnt wird, geht es also hier mit 1 durch A hoch 3. Mit dem Volumen. Wie sieht es denn aus, wenn wir hier sehr, sehr früh im Universum sehr viel Strahlung haben? Heiße Strahlung, energiereiche Strahlung. Na, die Ruhemasse dieser Strahlung ist 0. Das heißt, da kriegen wir jetzt hier Roh-Gamma gleich 0. Aber diese Strahlung hat trotzdem eine Energie. Und jetzt kommt der fundamentale Unterschied zur newtonschen Betrachtung. Hier in der allgemeinen Relativitätstheorie wirkt eben nicht nur die Masse gravitativ, sondern auch die Energie. Das ist der wirkliche Unterschied. Deshalb wird auch eine Strahlung, weil sie einer Energie entspricht, gravitativ wirken. Wir bekommen also einen Anteil aus der Strahlung. Die Strahlung übt einen gewissen Druck aus. Zu den Details möchte ich nächstes Mal kommen. Was hier, welche Vorfaktoren hier eine Rolle spielen, wie es dazu kommt. Auch zu einem ganz großen Problem, zu einem großen Missverständnis, dass hier immer von dem negativen Druck die Rede ist, das Pendant hätte in einer negativen Energiedichte. Das ist tatsächlich falsch. Es wird eine positive Energiedichte sein, die dem negativen Druck entspricht. All das wollen wir aber nächstes Mal im Detail anschauen. Mir geht es jetzt nur mal um das große Bild. Ja, es gibt auch einen Strahlungsanteil, den wir hier berücksichtigen müssen. Und dieser Strahlungsanteil, nenne ich ihn jetzt hier einfach mal P Gamma, der wird natürlich sich auch mit dem Volumen verdünnen. Das haben Dichten so an sich. aber die Energie der Strahlung wird rot verschoben zusätzlich. Das hatten wir schon gesehen letztes Mal. Das führt dazu, dass wir hier nicht mit 1 durch A hoch 3 gehen, sondern mit 1 durch A hoch 3 plus 1 für die Rotverschiebung. Also 1 durch A hoch 4. Die Strahlungsdichte verdünnt sich stärker. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und es kommt noch schlimmer, weil in der relativistischen Betrachtung kann man natürlich ein zusätzliches Pedal einfügen, mit dem man dem restlichen Term entgegenwirkt. Und es so fein austariert, dass hier das Universum statisch bleibt beispielsweise. Und was macht man dann hier für einen zusätzlichen Term? Ein bisschen schlauer hätte ich mir hier Platz gelassen. Der zusätzliche Term, man nimmt eine konstante, Lambda, dann muss es hier diese Form haben. Also zieht man so ein C-Quadrat raus und damit es hier vorne friedlich bleibt, nennt man diesen zusätzlichen Term dann Lambda C-Quadrat Drittel. Ist ja auch nur eine Konstante. Die kosmologische Konstante Lambda hier eingearbeitet. Und die, ja, die entspricht ja jetzt auch einem Akteur und der kann ich ja auch eine Materiedichte und einen Druck und was auch immer zuordnen. Nur soll der bitteschön konstant sein. Ich kann hier das zum Beispiel auf die Vakuum-Eigenschaften zurückführen, aber kommen wir noch im Detail. Deshalb nenne ich es hier einfach schon mal Rohvakuum und ein Vakuum-Druck und solche Geschichten. Und der soll, dieser Anteil soll aber konstant sein. So ist ja die kosmologische Konstante definiert. Also, das müssen wir jetzt irgendwo hier natürlich mit reinbringen in die Gesamtüberlegung. Weil, wenn wir in das Universum zurückblicken, dann spielt es natürlich eine Rolle, welchen Akteur verfolgen wir gerade, weil sie sich unterschiedlich verdünnen. Der eine gar nicht, der andere nur mit dem Volumen. Und die Strahlung zusätzlich noch rot verschoben. Das führt dazu, dass es hier natürlich noch Veränderungen geben muss. Weil wir es genauer verstehen wollen, schauen wir es uns genauer an. Tafeldienst. Jetzt tragen wir einfach mal alle Bestandteile hier in einem Diagramm zusammen. Wir lassen die Zeit hier laufen. Und hier tragen wir die unterschiedlichen Dichten, die hier beitragen, die unterschiedlichen Szenarien auf. Strahlung geht mit 1 durch A hoch 4. Das ist die stärkste Komponente. Das heißt, die geht am steilsten nach unten, die wird am stärksten verdünnt und schminkt sich als erste hier gegen 0. A hoch 4. 1 durch A hoch 4. Blau, die Materie, geht nur mit 1 durch A hoch 3, fällt auch ziemlich zügig, geht auch irgendwann gegen 0, aber alles ein bisschen softer. Und dann haben wir noch die konstante Lambda, die lässt sich überhaupt nicht beeindrucken von der Zeit, eben konstant. Dann bekommen wir unterschiedliche Szenarien. Wir bekommen einmal hier einen Bereich, da ist die Strahlung dominant, deshalb nennt man es auch das strahlungsdominierte Universum. Das ist hier vorne der Fall, also auf der Zeitachse jetzt hier beispielsweise. Dann treten wir in ein materiedominiertes Universum ein. Jetzt ist nämlich die blaue Kurve höher als die rote, der Anteil der Materie spielt eine größere Rolle. Wie lange bis hierher bis hier der neue Player höher ist, höher gerankt auf Neudeutsch. Also wir haben jetzt hier ein blaues Szenario, das ist Materie dominiert und im Anschluss bekommen wir dann ein von der kosmologischen Konstante dominiertes Universum. Und in diesen unterschiedlichen Zeiten wird sich der Skalenfaktor unterschiedlich verhalten. Das ist einfach zu sehen, wir haben, wir stellen uns noch mal die Gleichung vor, die Friedmann-Gleichung links steht h², also a Punkt durch a zum Quadrat und das gibt irgend so einen Vorfaktor, das lassen wir alles weg, machen wir nur proportional, dieses 8p g durch 3 und dann Rho. Wenn wir für Rho jetzt strahlungsdominiert mitnehmen, kriegen wir irgendwas proportional zu 1 durch a hoch 4. Das ist eine Differenzialgleichung, die können wir lösen, in der Abhängigkeit der Zeit, hier ist ja die Ableitung nach der Zeit. Das Quadrat können wir hier wegnehmen, dann haben wir a Punkt durch a ist 1 durch a Quadrat, naja, und welche Funktion muss ich nach der Zeit ableiten, ich kann ja das a hier nochmal rüberziehen, dann habe ich hier einfach nur 1 durch a, welche Funktion muss ich ableiten, damit ich 1 durch die Funktion kriege nach der Zeit, das ist die Wurzel, also ich kriege ein a Punkt, soll ich nochmal langsam machen, ein a Punkt geht also irgendwie mit 1 durch 1 durch a, das Quadrat geht hier weg mit dem 2 oben, einmal a multipliziere ich rüber, wird aus dem 2 ein 1 durch a und das führt mich dann auf ein a das irgendwie proportional ist zu t hoch 1 halb also die Wurzel Kontrolle, wer es immer noch nicht glaubt, ich leite das ab, was kriege ich? 1 halb, okay, wir haben eh nur Proportionalitäten, können wir uns schenken, hoch t, also t hoch minus 1 halb, t hoch minus 1 halb ist 1 durch t hoch 1 halb dann haben wir die Ableitung, ist genau 1 durch passt und jetzt schauen wir uns das ganze im materiedominierten Universum an, was haben wir hier? Da haben wir jetzt ein a-Punkt durch a zum Quadrat und das muss jetzt proportional sein mit 1 durch a hoch 3 dann ist es die ganze identische Überlegung, nur kriegen wir eben jetzt nicht hier 2 und a hoch 2 durch 4 sondern wir kriegen a hoch ein t a proportional zu t hoch 2 durch 3 wer es nicht glaubt, kann es wieder einsetzen und hier hinten und das ist jetzt der spannende Teil hier hinten haben wir eine Konstellation a-Punkt durch a muss irgendwie proportional sein mit dieser Konstante, die wir da eingeführt haben, diesem Term also diesem Lambda c Quadrat Drittel und das ist fatal hier kommen wir nämlich auf die Beziehung a-Punkt ist irgend so ein Faktor also das ganze quadratisch ist irgend so ein Faktor da ziehen wir die Wurzel dann haben wir a-Punkt ist proportional zur Wurzel aus Lambda Drittel das z kann ich mal rausziehen mal a wow welche Funktion ist abgeleitet proportional zur Funktion selber das exponentielle Wachstum das ist eine ganz wichtige Beziehung da kriegen wir also ein a das muss irgendwas zu tun haben mit also hier könnten wir sogar ein Gleichheitszeichen setzen aber das muss irgendwas zu tun haben mit einem Vorfaktor mal e hoch Wurzel aus Lambda Drittel mal c und das das wird uns noch von großem Nutzen sein auf der Suche nach einem Gaspedal im frühen Universum aber machen wir einen Schritt nach dem anderen wir sehen wir sehen jetzt erstmal dass sich drei unterschiedliche Szenarien ergeben ein strahlungsdominiertes da verdünnt sich der Skalenfaktor mit 1 durch a hoch 4 ein materiedominiertes da geht es mit 1 durch a hoch 3 und ein Lambda dominiertes da geht es konstant Lambda dominiert hier und das führt hier zu einem exponentiellen Wachstum wo sind wir? also was haben wir ungefähr für Werte hier das hier ist so die Größenordnung 50.000 Jahre nach dem Urknall da tritt ungefähr diese dieser Wechsel ein von Strahlung auf materiedominiert wir sind schon ein Stück hinter dem materiedominierten Universum wir sind hier dicht dahinter bereits im Beginn des Lambda Teils also Lambda gibt hier schon Gas und jetzt hatte ich Ihnen versprochen dass ich dieses Bild das Sie überall schon gesehen haben mit diesen unterschiedlichen Verläufen des Skalenfaktors ein bisschen genauer zeichnen will mache ich uns kurz nochmal ein bisschen Platz das Ganze sieht jetzt folgendermaßen aus wir haben diese drei Phasen zu Beginn ist dieser Anstieg wie wir es ja vorhin auch schon gesehen hatten auf jeden Fall hier rechts gekrümmt nach oben ist proportional zur Wurzel T also das Universum der Skalenfaktor wird irgendwie beginnen in dieser Form mit dem Wechsel in das materiedominierte Universum ändert der Skalenfaktor das ist eine Dynamik wir haben also A proportional zu T hoch zwei Drittel wie sieht das aus ist nicht ganz eine Gerade so ein bisschen rechts gekrümmt also würde man sagen sieht so aus und ab diesem Übergang dann haben wir jetzt exponentielles Wachstum also hier haut dann die Kurve nach oben hin ab da geht es dann irgendwie so weiter also sieht doch ein bisschen anders aus als wir das in diesem Standardbildchen gesehen haben setzt auch schon mal ein tieferes Verständnis jetzt voraus was sich hier wann wo genau abspielt und das wird uns von großem Nutzen sein tatsächlich ist selbst das nur die halbe Wahrheit weil was heißt strahlungsdominiert das heißt ja nicht dass nur Strahlung beiträgt und nur diese Beziehung gilt sondern Sie sehen ja die Materie also wir haben hier Strahlung als relativistische Materie und hier haben wir klassische Materie so müsste man hier eigentlich unterscheiden und die klassische Materie die trägt ja durchaus noch signifikant bei das heißt also hier gibt es so eigentlich eine Mischung aus beidem das wird nicht genau so losgehen das wird dann nicht so abrupt hier irgendwie so sprunghaft sich ändern sondern das wird natürlich ineinander übergehen auch noch schlimmer ist es hier bei dieser Komponente auch das spielt natürlich eine Rolle also diese Funktion die wird schon viel früher auch mal versuchen nach links oben auszubrechen warum A weil die Vakuum Komponente einen Druck ausübt während der Staub diese klassische Materie wie wir schon gesehen haben einfach nur über die über die Massendichte wirkt gravitativ aber keinen nennenswerten Druck veranstaltet da werden wir nächstes Mal sehen dass der Druckanteil höher gewichtet wird hier wenn es um diese gravitativen Wirkungen geht genauer gesagt mit dem Faktor 3 allein deshalb schon ist dieser Anteil hier früher in der Lage hier schon auszubrechen nochmal ändert sich die Situation weil wir hier eine extrem bissige Funktion haben mit der Exponentialfunktion also die sind ja relativ gutmütig hier das sind hier brave Familienväter unter den mathematischen Funktionen die verlaufen hier relativ friedlich aber das ist hier ein echter Hooligan gewissermaßen das ist ein mathematischer Hooligan jederzeit zur Eskalation bereit und wenn der auch noch untergeordnet ist dem Materieanteil so ist er trotzdem schon gefährlich und er trägt mehr bei über den Druck wie wir noch sehen werden das heißt tatsächlich geht man all das wird dann mit numerischen Simulationen schön glatt gerechnet und da sieht man geht man davon aus dass man schon vor 5 Milliarden Jahren hat hier jemand hier links gekrümmt dann den Ausbruch gewagt und geschafft dieser Anteil das heißt also das Ganze sieht dann etwa so aus aber ich denke das Verständnis stellt sich allmählich jetzt ein hier wie die Komponenten zustande kommen und das ist schon mal ganz wichtig wie sieht es heute aus heute haben wir einen vernachlässigbar kleinen Strahlungsanteil der ist längst hier fast auf 0 also das ist gute drei Größenordnungen weg von von der Materie obwohl wir bei der Strahlung natürlich nicht nur die Photonen nehmen dürfen wir haben hier in so einem Kubikzentimeter heute haben wir etwa 411 Photonen der kosmischen Hintergrundstrahlung so weit wurde das verdünnt die haben alle nur noch so 2,725 Kelvin saukalt die tragen nichts mehr nennenswertes bei aber wir haben zusätzlich natürlich auch Neutrinos na klar ist auch hoch relativistisch hier relativistische Masse die ist noch kälter die hat nur 1,95 Kelvin warum jetzt muss ich aufpassen wenn ich nicht noch ein großes Fass auf mal weil in der Frühphase erstmal alle noch in thermodynamischer Wechselwirkung sind die Temperatur wird hier noch ausgetauscht aber die Neutrinos zack machen sich als erste vom Acker typisch Neutrinos Wechselwirkungsrate ist sehr sehr gering zack und weg während die Photonen noch mit der Materie hier in Wechselwirkung sind lange genug dass sie es noch erleben gebunden an die Materie dass Elektronen und Positronen zerstrahlen miteinander das ist so bei ungefähr einem MeV dann der Fall weil 0,511 MeV hat das Elektron dieselbe Masse oder Energie hat dann das Positron wenn die beiden zusammenkommen zerstrahlt ist dann wird ein Photon also Energie freigesetzt mit ungefähr einem MeV und jetzt sind die Photonen halt hier noch der Hintergrundstrahlung hier noch involviert und partizipieren an diesem kurzfristigen Zwischenheizen insgesamt das ist ja ein expandierendes Universum das heißt es kühlt ab aber sie kriegen hier einfach nochmal so einen kleinen Bonus mit ab und die Neutrinos selber schuld kriegen das halt nicht ab deshalb sind sie heute kühler als die Photonen ich weiß gar nicht weiß gar nicht mehr warum ich das erzähle aber auf jeden Fall dieser Strahlungsanteil ist eh zu vernachlässigen und wir haben den Materieanteil von ungefähr 1,5 Protonen pro Kubikmeter Universum 1,5 zur kritischen Dichte bräuchten wir gut 5 Protonen pro Kubikmeter die 3,5 die fehlen nennt man dann eben dunkle Energie das sind genau 68% dann von dem was man insgesamt bräuchte für ein schönes flaches Universum warum sage ich eigentlich immer heute kritische Dichte heute Zusammensetzung heute Sie kennen doch alle dieses Kuchendiagramm wo dann eben die ganzen Materieanteile da sind und dann sieht man sehr schön aha da fehlen 68% die nennt man dann dunkle Energie ja das ist nur heute so dieses Kuchendiagramm würde im zeitlichen Verlauf wenn wir in die Vergangenheit gehen sich sukzessive ändern heute ist das Verhältnis so dass wir hier sehr viel Anteil von Lambda haben aber wenn wir zurückgehen kommen Punkte da sind die Anteile vergleichbar groß oder Lambda ist irgendwann sogar der kleinste Anteil also diese Argumentation naja wir verstehen mit der Physik nur 68% oder es fehlen uns das Verständnis für 68% des Universums das ist eine Argumentation die ich nie so ganz nachvollziehen konnte das ist nur heute so das ist eine Momentaufnahme das würde ja im Umkehrschluss heißen ja haben wir dann früher dann viel viel mehr Ahnung gehabt vom Universum mit unseren Modellen weil das ist eine schräge Argumentation warum heute warum ist das so entscheidend wir haben noch gesehen kritische Dichte hatte zu tun mit 3 H Quadrat und da mussten wir diese 8 Pi G ist ja eh nur ein konstanter Faktor ist ist alles nicht so interessant H Quadrat ist interessant die Hubble Konstante das wissen Sie längst ist zeitlich abhängig die Hubble Konstante ist ja nichts anderes als A Punkt durch A und das kleinen Faktor A ändert sich ja wie wir gesehen haben hier fortlaufend mit ihm auch die kritische Dichte das ist also eine Größe die ist zu jeder Zeit anders deshalb muss man natürlich diese heutigen Werte entsprechend hier mit einem Index dann kennzeichnen das ist erstmal die erste Friedmann Gleichung gewesen aha es gibt also offensichtlich noch eine zweite von der war ja noch gar nicht die Rede diese erste Friedmann Gleichung die hat uns jetzt die Dynamik des Universums erklärt mit Hilfe dieses Skalenfaktors aber sie hat uns keinerlei Informationen gegeben wie sieht es denn mit den Kräften jetzt eigentlich aus also welche Kräfte wirken denn jetzt auf zwei entfernte Galaxien aufgrund dieser Expansion in welcher Phase oder womöglich auf stärker gebundene Systeme wie unsere Bahn um die Sonne oder unseren Körper gar wie ist es denn mit den Kräften die hier auf gebundene Systeme wirken und da müssen wir tatsächlich nochmal genauer hinschauen da wird gerne so argumentiert ja da gibt es andere Kräfte Elektromagnetismus der hält es stärker zusammen darum spielt das keine Rolle das ist so erstmal nicht richtig das ich will jetzt nicht so weit vorweggreifen wir werden dann sogar erkennen dass ein konstant expandierendes Universum überhaupt gar keine Kraft impliziert auf gebundene Systeme aber alles das in Ruhe nachdem wir uns die zweite Friedmann-Gleichung hergeleitet haben bis dahin würde ich sagen genießen Sie es als gebundene Systeme noch wissen Sie nicht was die Expansion alles mit Ihnen vorhat bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal zu in und das so